Hey, WWE-Universum da draußen! Auch in dieser Woche heißt es wieder, nicht verzagen, Huckman-Fragen. Ihr habt es gemacht wie immer, ihr habt den Hashtag AskTheHuckman benutzt, habt eure Frage und das Video gepostet und ich habe einige davon ausgewählt zum heutigen Sonderthema Triple H. Die erste Frage kommt von Jeffrey Matt. Was war das erste Match von Triple H, das du gesehen hast? Da muss ich weit zurückgehen zu WCW Starrcade 1994. Der Gegner von Triple H damals, mein Mentor, mein ehemaliger Wrestling-Trainer Alex Wright. Und ich fand das Match richtig klasse, man erkannte, Triple H hat großes Potenzial und wenn wir da mal vorspulen, ins Jahr 2016, er ist der operative Geschäftsführer von WWE, er ist 14-facher Champion, mehrfacher Royal Rumble Sieger. Was der Mann erreicht hat, eine außergewöhnliche Karriere ist das. Marcel Dannecker. Denkst du, Triple H wird sich nach dem WrestleMania-Match zurücklehnen, was die Karriere betrifft, oder wird er weitermachen? Er ist jetzt 14-facher Champion und der Typ ist sowas von ehrgeizig. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der sich zurücklehnt, dass der bequem wird. Ich glaube, Triple H wird ewig weitermachen, der hat so einen Drive. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Patrick Busch. Findest du, Triple H sollte noch viele Matches machen oder sollte er 2017 in die Hall of Fame? Also Hall of Fame auf jeden Fall. Und ich muss sagen, wenn man die WrestleMania-Matches zum Beispiel der vergangenen zwei Jahre sieht, gegen Sting und Daniel Bryan, Mannometer, das waren richtig gute Matches. Die körperliche Form von Triple H, wie gut der drauf ist. Wenn er die konservieren kann, dann kann er noch 20 Jahre weitermachen. Ich finde es immer toll, wenn Triple H im Ring steht. Da passiert was, da ist Action geboten. Also ich sehe ihn furchtbar gerne. Dominik Schlüter. Welcher war dein Lieblings-Entrance von Triple H? Oh, da sind einige coole dabei. Also spontan fällt mir ein WrestleMania 17, als die Halle da, das ganze Stadion, vollkommen still war und Lemmy von Motorhead ist am Mikrofon und sagt, we are Motorhead and we're gonna kick your ass. Und dann geht die Musik los und Triple H kommt raus und er hat diesen irren Blick im Gesicht. Und du denkst, wow, Gänsehaut, der will seinen Gegner heute auffressen. Das hat ihn richtig motiviert, dass da Motorhead ihn zum Ring gedonnert haben. Mega cool. Und auch WrestleMania 31, da saß ich ja live am Ring, dieser Terminator-Entrance. Meine Güte. Das hat gerockt. Und zwar schwer. Benjamin Knott. Wie fandest du Triple Hs Rivalität mit Shawn Michaels? Mein Gott. Triple H ist Gott für mich. Shawn Michaels ist Gott für mich. Das sind Wrestling-Götter, WWE-Götter. Das ist immer fantastisch. Egal welches Jahr, egal welche Großveranstaltung, das Match rockt einfach. Triple H gegen Shawn Michaels. Da kannst du nix verkehrt machen. Clemens König. Was war dein Triple H-Lieblings-Match? Ja, das war eben ein Match. Triple H gegen HBK. Summerslam 2002. Knüppelharte, mega harte Kiste. Muss man einfach gesehen haben. Summerslam 2002. Zieht euch das mal rein. Auf dem WWE-Network. Das darf man einfach nicht nicht gesehen haben. Ja, das war's mit den Fragen für diese Woche. Nächste Woche haben wir ein weiteres Sonderthema. Und zwar die jungen Wilden von WWE. Die Tyler Breezes, die Nevels, die Sami Zayns. T-Shirt-Geschichte der Woche hier. Und natürlich auch die Diven. Becky Lynch, Charlotte, Paige oder vielleicht eine Bailey. Sagt es mir, schreibt es mir. Postet die Fragen mit dem Hashtag Asterhackmann und das Video. Und dann sprechen wir über die aufstrebenden WWE-Superstars von morgen. Die jungen Wilden. Das ist das Thema nächste Woche. Und ich sage danke für die vielen Fragen. Und so long, Huckman out.